Einsatz bereit bedeutet, jetzt bereit sein, dich einzusetzen für die gute Sache. Natürlich, man spricht auch davon, dass die Polizei einsatzbereit ist, dass es Militär einsatzbereit ist, die Feuerwehr ist einsatzbereit und der Katastrophenschutz ist einsatzbereit. Hoffentlich insbesondere Feuerwehrkatastrophenschutz und in vielen Situationen auch die Polizei. Aber darüber möchte ich jetzt nicht sprechen, sondern du selbst solltest auch bewusst sein, du hast Aufgaben und es gilt dort mit Freude und Energie das zu machen. Dinge, die du nur irgendwo ohne Herz machst, wird etwas schwieriger sein. Du kannst manchmal sagen, ich bin einsatzbereit, ich bin einsatzfreudig, ich will mich einsetzen für die gute Sache, Ich will etwas tun und wenn jemand zu mir kommt, dann bin ich bereit, auf ihn zuzugehen. Wenn neue Aufgaben kommen, die Schicksal oder Karma mir geben, dann bin ich bereit, diese anzugehen. In diesem Sinne, sei einsatzbereit gegenüber Gott, gegenüber dem Karma, dem Schicksal, deinen Aufgaben, deinen Pflichten.